Musik Mancherlei Veränderungen in den Curricula unserer Hochschule stehen an und sind zeitnah zu leisten. Denn noch in diesem Jahr müssen wir uns mit allen Studiengängen der Reakkreditierung stellen. So sind wichtige Sitzungen für die kommenden Wochen anberaumt. Der Hochschulrat wird tagen, die Strukturkommission und der Senat werden wegweisende Beschlüsse beraten und beschließen. So geht es in den Gremien unter vielem anderen um die Ergebnisse aus den fünf baden-württembergischen Themenforen des Jahres 2014. Aus den Dienstbesprechungen mit Frau Ministerin Bauer, aus dem Symposium der Bundesrektorenkonferenz des Deutschen Orchesterverbandes und des Deutschen Bühnenvereins zur Orchesterausbildung. Und es geht um das, was im Rahmen der Zielvereinbarungen des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst voraussichtlich zu erwarten ist. Es belastet uns und es ist schwer zu leisten, was das Ministerium den Hochschulen auferlegt hat. Das Budget für Lehrbeauftragte soll durch Änderungen in der Personalstruktur um 20 Prozent erhöht werden. Außerdem soll jede Hochschule zwei W3-Professuren in einen Pool abgeben, in dem das Land zusätzlich fünf Professuren und fünf Mittelbaustellen einspeist. Aus diesem Pool kommen dann vielleicht Stellen zurück, aber nur, wenn einer Hochschule im Rahmen eines wettbewerblichen Verfahrens ein qualifiziertes Landeszentrum zugesprochen wird. Die Schwierigkeit dabei? All diese Stellen sind auf fünf Jahre befristet. Sie müssen danach von den Hochschulen durch Umwidmung weitergeführt werden. Dies trifft gerade unsere Hochschule besonders hart, denn wir haben in Karlsruhe den niedrigsten Betreuungsdurchschnitt aller fünf baden-württembergischen Musikhochschulen. Seit langem sind wir bestens profiliert und wir halten die vom MWK benannte Studierendenzahl von 640 konsequent ein. Eine Umwidmung ist in Karlsruhe eigentlich nur durch Einstellung von Studiengängen zu leisten, denn wir haben im Gegensatz zu anderen Musikhochschulen des Landes keinen Speckrand, der abzuschmelzen wäre. Es gilt also, unser Lehrangebot im Interesse unserer Studierenden gemeinsam verantwortlich zu bedenken, Einzelinteressen entschieden zurückzustellen, gemeinsam zu einer großen, weit in die Zukunft tragenden Lösung zu kommen. Wir müssen Ressourcen freisetzen, wo immer möglich, um Verbesserungen herbeizuführen. Wir müssen das Budget für die Lehrbeauftragten erhöhen. Wir müssen das Lehrangebot zeitgemäß und zukunftsorientiert optimieren. Zudem sind auch Freiräume für die Studierenden zum Üben, zum Nachdenken und zum Durchatmen zu schaffen. So haben wir uns viel vorgenommen, werden viel leisten und sind dabei immer bestrebt, den Studierenden unserer Hochschule eine hervorragende Ausbildung zu gewährleisten, zugleich allen auch Türen zu öffnen, Chancen für ihr Vorankommen zu schenken. Und diesen Chancen eröffnen dient nicht zuletzt das Festival Rising Stars. Ursprünglich eine Karlsruher Idee sind nun die Musikhochschulen Freiburg und Stuttgart mit im Boot. Hier bieten wir gemeinsam unseren besten Absolventinnen und Absolventen Kontakte zu Medienvertretern, Intendanten, Veranstaltern, Musikmanagern. Es ist eine bundesweit einzigartige Initiative, allein ermöglicht mithilfe großzügigster Förderung durch die Stiftung Kunst und Kultur der Sparder Bank Baden-Württemberg. Hierfür kann ich nur ganz persönlich danken. Gerade von Rising Stars in Stuttgartstadt, es war ein überaus schönes Fest. Die Konzerte zeigten überragende Leistungen aller Beteiligten. Hier benenne ich mit ganz persönlicher Sympathie die aus den Philippinen zu uns gekommene Sopranistin Ena Maria Aldecoa im Duo mit der deutschen Pianistin Melanie Baer. Im Rahmen einer Matinee verzauberten beide das Publikum mit einem Liedprogramm, das Kompositionen von Argento, Debussy, Holliger und Richard Strauss umfasste. Weitere erfolgreiche junge Künstler aus Karlsruhe waren die Belgierin Lieselotte Fermote mit einem Klavierkonzert von Chopin und die Ukrainerin Regina Czernitschko mit dem vierten Klavierkonzert von Rachmaninoff. Dass der Vorstandsvorsitzende der Sparder Bank Baden-Württemberg, Manfred Hettig, in diesen Tagen zugesagt hat, Rising Stars über 2016 hinaus zu fördern, ist ein großes Geschenk und Glück. So können wir uns heute schon auf die nächsten Veranstaltungen und grandiosen Auftritte unserer Nachwuchsstars freuen.